So, in dem Schrank ist normalerweise von uns aus unten ein Edelstahlbruch drin, das kennen Sie schon, der Oberschrank, dieser ist für die Gewürze, den riecht man so ein, wie Sie es sagen wollen, und dieser hier ist der Joker, können Sie reinhören, was Sie wollen. Joker! Joker! Ein bisschen weiter runter, weil dann habe ich das Ding offen, dann kann es danach wieder zumachen. Mach's gucken, es gibt eine Kartoffel. Super. Ich meine, es hat zu viel Holz. Ich könnte mir vorstellen, dass mal irgendwas, weißes Glas, schwaches Glas, grünes Glas sind. Und wie viel? Ja, guck mal drauf. Sack, stopp. Langsam gießen. Stopp. So reinfassen, dass das jetzt da zusammenklappt und jetzt einfach da hinfangen lassen und da hinfangen, dass manche erwachsene Männer deutlich schwerer getan wird, mit dieser Technik. Die Blume. Ja, letztendlich schaut das schwarze Teil aus, so wie jetzt diese Malwand. Ich will da vorne eine möglichst große Fläche haben, weil da mache ich meine Null, weil da mache ich meine Null, weil da mache ich meine Null. Ich bin ja, ich bin ja, ich glaube sie immer noch eine ganz große Minute machen kann, aber... Dankeschön. Boah, ey. Dankeschön. Ich würde sagen, einfach mal probieren, weil... Ich nehme heißes Wasser aus dem... aus der Leitung. Ja. Salz ein bisschen. Gut gemacht und... äh... Ich brauche ich mal es ausprobieren. Schauen wir mal es essen kann. Esspiel. Danke, Alter. Du kannst aufmachen. Nee, ich mache es da. Ach so, das wolltest du doch noch sagen. Schau, wie das ist mit dem Dampf da rauskommt. Jetzt hieß das, ne? Kommt schon einmal wieder... Kommt schon einmal, ja. Wieder Dampf. Ja. Du kannst ja auch an den Null. Du kannst eine Null. Ich weiß noch, mal, ich weiß noch durch. Ich mache nämlich noch eine Null. Ja, eine Null, dann nach... Meinst du, dann? Mach dann weiter... Ja. Für hier Spiele... Oder um rein zu sein. Ein Stück vom Schwein? Das sind so Scheibchen, oder? Ich glaube, du kannst dann ein Scheibchen zu bereiten. Ja. Aber hier haben wir jetzt auch die Nudeln... Nulln... 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 Ein bisschen... Nulln... Nulln... Über die Nudeln... Über alles... Das ist halt so eine große Fläche... Ja... Jetzt müssen wir heimgehen... Jetzt müssen wir heimgehen... Okay... Am liebsten... Ich habe wahrscheinlich zwei Stunden Chips gemacht... Dann würde ich sagen... Ja... 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 эк... Ja... 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 Untertitelung des ZDF, 2020